fiat 500 topolino ja sieht ein bisschen aus wie eine ende hat dieses zusatzteile hier wahnsinn scheibenwischer hier die blinker rechts und links scheiben verschiebbar nach hinten dach abnehmbar also mit faltdach und hier mal den blick nach innen ins cockpit ja dann haben wir hinten auch dieser abstehenden scheinwerfer hier steht es noch mal ganz groß fiat ersatz reifen drunter was das ist weiß ich nicht ob das eine anhängerkupplung ist zum drauf stellen ist es bestimmt nicht oder man hat hier drauf getreten und dann ist der kofferraum aufgehören das könnte auch sein ja zwei sitze vorne zwei sitze hinten hier diese ganzen kühler sozusagen hier 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 hier